Ich stieß auf diese uralten Pfähle, mit hererhalten, um ein heiliges Zeichen zu setzen. Und den Ursprung ihrer Macht zu finden. Da ich bete, schickt der Herr die Stimme des Heiligen Geistes durch mich. Sie heilt mit dem Glanz uralter Zungen wieder, und ich werde erneuert. Waren es die Nephilim, die diese Hölzer herbeitrugen? Ein Schutzwall gegen Eindringlinge? Bitte, oh Herr, lasse die Wahrheit auf mich scheinen, so hell wie dein Wort es vermacht. Sollte 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 Sollte